Ich begrüße Dich ganz ganz herzlich zu dieser gechannelten Meditation mit Erzengel Ariel. In diesem Channeling tritt Erzengel Ariel gleich an Deine Seite und sie schenkt Dir ihre wundervolle Leichtigkeit. Ariel ist sehr sehr leicht und unterstützt uns wirklich ganz großartig dabei in unsere eigene Leichtigkeit zu kommen. Ihr wunderschönes Licht wirkt gleichzeitig sehr stärkend, mutmachend und ja, es ist regenbogenfarbiges Licht. Das wirkt einfach auf so vielen Ebenen, weil halt so viele Farben und Farbschwingungen in ihrem Licht enthalten sind. Ich wünsche Dir ganz ganz viel Freude mit Ariel und so darfst Du dieses Channeling jetzt einfach für Dich genießen und wirklich ganz bei Dir ankommen, Dich zurücklehnen und Du darfst Dich einfach in Deine innere Stille sinken lassen. Wenn es sich gut für Dich anfühlt, dann nimm nochmal einen kraftvollen tiefen Atemzug. Atme alles aus, was Dich beschwert und sinke noch ein Stück tiefer in Dich hinein. Um Dich herum öffnet sich ein wunderschöner, ganz hoher Bewusstseinsraum, getragen von vielen Engeln. Ein wunderschöner, lichtdurchfluteter, ganz reinschwingender Raum ist um Dich herum geöffnet. Erzengelin Ariel schwebt in Deinen Raum und so steht sie vor Dir in ihrer so lichtvollen Präsenz. Nimm sie wahr, schau sie Dir an, ihr Licht und ihre wunderschöne weibliche Ausstrahlung. Fühle Ariel, so sanft und stark und so hell und leicht. Liebste Seele, sanft berühre ich Dein Herz jetzt in diesem Moment, in dem meine Worte zu Dir fließen. Und sanft fließt mein heiliges, regenbogenfarbiges Licht in Deine Aura, in Deine Energiekörper, in Deine Chakren. Und dieses Licht durchschwingt Dich und schenkt Dir meine wundervolle Leichtigkeit. So viele Farben in meinem Licht erheben Dich, lassen Dich leicht fühlen, stimmen Dich glücklich und wecken eine ganz wundervolle, leichte Freude in Dir. In meinem Licht erhelle ich Seinsanteile in Dir, die gerade nicht mehr in ihrer Energie fließen, die vielleicht stockend geworden sind. Mein Licht durchschwingt diese Anteile in Dir und alles wird leichter. Und so berühre ich mit meinem Licht Seinsanteile der Freude in Dir. Mein Licht durchschwingt Dich mit purer Freude und die Freude in Dir wird ganz tief genährt. Mein Regenbogenfarbiges Licht und mein Wirken für Dich erheben Deine Gefühle in diesem Moment. Und so fließt mein Licht in Deine Seele und es heilt und nährt Deine Seele. Immer dann, wenn Du mich rufst und mir erlaubst, wird mein Licht in Deine Seele. In meinem Licht für Dich zu wirken, Dich sanft in mein Licht einzuhüllen. Immer dann geschieht diese Anhebung Deiner Gefühle für Dich. Dann erhebe ich Deine Gefühle in eine sanfte Freude, in eine glückliche Schwingung und in viel mehr Leichtigkeit. Auf Deinem Weg schenke ich Dir die Leichtigkeit, die Du Dir wünschst und so fühle, wie die Regenbogenfarben in Deiner Aura tanzen. Sanft liebend trage ich Dich. Und voller Liebe wirke ich für Dich, wenn Du Dir mein Wirken wünschst. Du bist ein Geschenk für die Welt. Trage Dein Licht hinauf. Trage Dein Herzenslicht hinauf, Deine Liebe. Verbinde Dich mit uns Engeln, mit der Natur und trage auch Dein Bewusstsein und Deine Liebe für die Natur, für Mutter Erde, für die Tiere und für alles, was zu ihnen gehört, in die Welt hinauf. Wir Engel danken Dir von Herzen dafür und wir unterstützen Dich in Deinen Heilprozessen, in Deinem Erwachen und beim Finden Deines Weges, wann immer Du Dir unsere Unterstützung wünschst. Gibt es einen Bereich in Deinem Leben, für den Du Dir eine Antwort wünschst, zu dem Du Fragen hast oder in dem Du eine tiefe Erkenntnis benötigst? Dann bitte mich jetzt gerne, Dir die Antwort oder eine Erkenntnis für diesen Bereich Deines Lebens zufließen zu lassen. Meine Antwort oder die Erkenntnis, die ich Dir zufließen lasse, wird Dich in den nächsten Tagen oder Wochen erreichen. Sie erreicht Dich in einem Moment, in dem Du ruhig in Dir bist, in dem Du frei von einer Erwartungshaltung bist. Bleibe in Deinem Vertrauen. Es wird Dir die Antwort oder die Erkenntnis zufließen. Das ist mein Geschenk an Dich. Und ich danke Dir zutiefst für Dein Vertrauen. Und Du darfst auch darauf vertrauen, dass mein heilendes Licht Dich noch eine ganze Weile begleitet. Und immer wenn Du Leichtigkeit brauchst, rufe mich gerne und so verabschiede ich mich jetzt. In tiefer Liebe und mit einem Herzensdank, dass Du Dich für mein Werden geöffnet hast. Sei gesegnet. 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 Untertitelung des ZDF, 2020